Was mich beim Thema Azubi-Guide interessieren würde, wäre es, wie die Prüfungen beim Berichtsheft ablaufen und wie die Prüfungen allgemein bei der IHK ablaufen. Ich wünsche mir von der Azubi-Guide auf Facebook, dass man dort über die rechtlichen Dinge informiert wird und vielleicht auch, wie man als Azubi ins Ausland kommen kann. Ich wünsche mir von der Azubi-Guide zu erfahren, was die IHK wirklich mit der Ausbildung zu tun hat. Die IHK sich mal vorstellt, allgemein, was die da alles machen und wie wir Kontakt aufnehmen können mit der IHK. Also Themen, wäre zum Beispiel zur Prüfungsvorbereitung, ist immer ganz interessant, wenn da was angeboten wird. Allgemein Schulungen, dann auch nach der Ausbildung, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben sind. Zum Beispiel in den Rubriken mit Problemen, wenn irgendwas vorfällt, dass man sich an den IHK wenden kann, sich da Rat zu holen. Also einfach vielleicht kompetente Ansprechpartner, an die ich mich wenden kann, dass das Problem auch schnell abgewiegelt werden kann. Und zum Beispiel auch Prüfungstermine, dass man die rechtzeitig angibt oder vorgibt. Ich wünsche mir, dass Informationen und Termine über Prüfungstermine, Weiterbildungen oder einfach Veranstaltungen von der IHK aus gepostet werden. Viele Tipps und Tricks rund um die Prüfung, auch Angebote vielleicht gegen Prüfungsangst. Ich meine, die Prüfung ist halt das Wichtigste. Und dadurch, dass Facebook ein direkter Draht zu den Jugendlichen ist, hat man den Jugendlichen dann auch einen direkten Draht zu ihm erhalten.